Ich bin Mr. Blindler und ich bin hier in Berlin. Und wie ihr sehen könnt, ist diese Ampel kaputt. Also wenn man mal fühlt, hier so, ja, da piept nichts. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier über die Straße kommen soll. Ich liebe es. Naja, solche Barrieren hat man in seinem Alltag halt. Deswegen niemals aufgeben und nichts kaputt machen.